Was ist das schön hier? Oh Christian. Meine Lunge brennt. Ja. Was sagst du denn im Radseil? Also ich bin echt, ja. Tod aber war gut. 7 Minuten 13. Wird verworfen. Hat er ausgerechnet, der Student? Ja, sowas kann ich auch ohne Taschwesner. Bist du einer der wenigen? 70 Sekunden verbessert. Ich nicht, aber doch. Hat er kein Vorjahr. Das ist gut. Ist das schön. Nächstes Jahr nochmal. Genau nochmal, 17 Sekunden ein bisschen. Das sind wir beide dann unter 7 Minuten. Ja. Das schaffen wir. So, in diesem Sinne. Bleib noch ein bisschen liegen.